Juhu! Tag 4! Jetzt geht's ab. Die Z-Line hat endlich geöffnet. Daniel ist am flexen. Richtig nice. Das heißt, schauen wir uns in die neu gebaute und geschäbte Z-Line, Herr Derwinger. Ich freue mich schon recht, dann freue ich mich schon recht. Der Chef ist auch da. Servus, grüß dich. Ein 4-Stunden-Ticket bitte. Und die Joko-Card hätten wir. Eigentlich wurscht, wer es zahlt. Wunderbar. Servus. Danke dir. Ah, da kommen sie. Schredara. Da ist sie. So, vom Start wieder aufgewärmt. Wir haben ein paar Hempel-Männer und dann gehen wir so. Wadendridin. Die Leiste, alle, die zirken sind. Die zirken sind so stark. 傀men werden bei apa, wenn wird die Z-Line, wo wir aufgewärmt werden. Dann suchen wir Ouken nicht alle. Ja, also Hanaway. Ja, also zum W Goldblast. Ja, aber irgendwerus Kreuzet Gud Garage' war nicht so stark. Wir wurden richtig den eigenen Reiko Bewerbungen sheets mit 4. St. & 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 • Geil, wie gut ist es denn jetzt gegangen, ich merke es, dass du mir im Ohr spiegst ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey, die geilste Line! Hey, danke schön, dass ihr das so in den Schuss haltet, wirklich. Danke schön. Muss man mal sagen. Dir sagen wir es auch noch. Hey, danke schön für alles. Richtig, geil. Dörfen wir fahren? Geile Sache, danke. I am not the answer, no, I can never drink on a bitch, that's the bitch is my bitch with a kiss on my lips like, ah, I am not a pimp with a lip, I'm a man with a gift and I'm doing my shit like, ah, tell them all the niggas, I'm the niggas, I'm the man in the city and my bank account bigger and my body count bigger and my body count bigger, that's what I doubted. Was passiert? Dani, ist da was passiert? Nein, ich weiß nicht, was jetzt der Fehler war. Ich weiß nicht, was jetzt der Fehler war. Okay. Ich wollte jetzt gar nicht sagen. Aber passt alles. Alles gut, ja. Ja, sehr gut. Was gibt es besseres als eine Quelle mit dem reinsten berggefütterten Wasser? Oh, ist jetzt kalt. Du brauchst keine Trinkflaschen nicht mehr. Ja, hier ist einfach. Aber so passt das zu. Das passt. Jetzt passt. Passt nichts. Das passt. Das passt. I'm working my, that's my name Things I understand, that's my pain Jan up the set, yo, that's my game Me and them, yo, we're not the same Mountain baby, I can't be tamed Lifestyle mental riding ways I really up them bars that wane I come to turn up Like one, two, flame, just burn up Like one, two, lesson, just learn up Like one, two, cash, just earn up Like fling down the vibe, just turn up Like one, two, flame, just burn up Like one, two, lesson, just learn up Like one, two, cash, just earn up Selective, selective Everything I do, selective Everywhere I go, selective I get the info, yeah, detective If I chill with you, when I build a Jew Like Donald, yeah, selective If I eat with you, when I sit with you Like Donald, yeah, selective Selective, everything I do, selective Everywhere I go, selective I get the info, yes, detective If I chill with you, when I build a Jew Like Donald, yeah, selective If I eat with you, when I sit with you Like Donald, yeah, selective ja freunde das war's mit tag 4 aus salbach leider ist es das letzte video aus salbach ich hätte eigentlich nur material für drei videos aber das ist alles schlecht der ton ist schlecht das bild ist schlecht und ich weiß nicht warum ich kann es euch nicht sagen es ist voll schade aber man muss es so hinnehmen wie es ist es hilft sowieso nicht und ja an tag fünf auf jeden fall ist mein bruder noch vorbeigekommen wir sind die buche klein am abend noch gefahren an tag sechs haben wir den filmtag gehabt mit dem thomas den verlinkt ich übrigens unten in thomas schaut bitte wir werden am youtube kanal vorbei abonniert und liked die ganzen videos weil es ist richtig geil was er macht er ist ein filmmaker und ja man sieht es glaube ich im nächsten video was kommt ein kurzer spoiler noch das video was kommt ist nicht recht lang also wir haben den ganzen tag gefilmt und es ist 1 minuten 25 video rausgekommen aber richtig geil in szene gesetzt absolut geil die tonqualität absolute büder also ich bin mega mega zufrieden und mega fettes danke an die thomas dass das so funktioniert hat und dass das so geil gegangen ist und dass man so ein geiles video gemacht hat auf jeden fall schaut es euch bitte mit kopf heran weil das ist ganz ganz wichtig ich werde jetzt auch noch schauen dass ich dann im herbst winter noch ein paar videos abfüschte ein bisschen was schwirrt mir schon im kopf herum ist zwar nicht so einfach weil es weder nie so oft mitspielt aber von den losungen da reden und in diesem sinne wünsche ich einfach nur das beste und wir sehen sie und hören sie beim nächsten video adios